Loooooooy! Oh Junge was war das denn Alter? Wie bin ich hier? Ey bitte guckt euch das an, seid ihr hier? Ohle ohle guckt mich an! Warte, wie hab ich das eben gemacht? Jaaaa Woah Junge what? Das hat mich grad wieder getötet, ich bin da rüber geklettert aus Versehen Junge, nice Junge, ich hab's nicht geschafft, ich hab mir dabei gestorben an dem Versuch Sagt das geil aus? Ja aber Junge das sah aus wie so ein paar Kuhläufer in Battlefield Alter so Junge das sieht voll komisch aus wenn du das machst Du kriegst so übel durch die Wand Junge ich will da jetzt hoch ey Wieder ein Gasgranatenkill! Sind die Leute einfach tut behindert oder was? Ich schäme mich dafür wenn ich ein Gasgranatenkill kriege Peinlich ist das Kann man denn die T-Taste drücken? Alle gestört oder was? Also T ist ja schon, ja ich meine T ist schon ganz schön weit weg so ne? Die T-Taste T-Taste Krass Bespricht sich A few moments later Loil bei mir ist gerade der Bildschirm runtergefallen Runtergefahren? So Matt Philips so Matt Nein ich hab doch auf den Tisch gehauen dann ist er einfach nach hinten umgekippt Ha! Ich glaube jetzt ist ein Kabel raus Loil Ey das ist so ne Mistgeburt ey Ich spiel die ganze Zeit Elite Soldat Und jetzt leg ich mich noch auf den Boden Boah Schwanzlutscher ey Junge bitte ich prob noch einen Kopftreffer Gib mir EIN KOPF Treffer Gib mir EIN KOPF Treffer Gib mir EIN KOPF Treffer Legendares ist horny Ja mein Legendares ist horny Was ist da los? Ja mein Legendares ist horny